Bei deinem Tor für dich noch schöner in Hütteldorf zu treffen, wo du schon mal gespielt hast? Ich habe vorher gesagt, ich freue mich über jedes Tor, weil ich nicht so der große Torschieser bin. Im Allianz-Stadion habe ich noch gar nicht getroffen, deswegen reiht es mich an umso mehr. Wie kannst du das denen noch mal irgendwie passieren lassen? Ja, ich habe gesehen, dass der Beckhin mit dem Kiro draußen gespielt hat. Und dann habe ich gehofft, dass irgendeiner von den 2 einen Ball in die Mitten bringt. Und der Kiro hat einen super scharf, flach vorm Verteidiger reingebracht. Und ich habe eigentlich nur noch im Vorsieg gehalten, habe spekuliert. Und dann ist er Gott sei Dank unter die Latte gegangen. Es ist kalt, aber so bringt es auch sehr viele Chancen. Hört es in der Partie nicht gegeben von beiden Seiten? Ja, ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit, vor allem am Anfang, Standardsituationen gehabt haben, wo der Tassos einen guten Kopfball hat, wo geblockt wird und führst vielleicht 1-0. Dann weiß man, wie die Partie dann rennt, wenn du mal führst. Ja, dann kriegst du ein blödes Standardkul. Wir haben gewusst, so eine Partie kann immer über die Standards entschieden werden. Und das wollte man eigentlich vermeiden, dass wir in den Rückschlag gehen mit einem Standard. Und ja, die großen Chance machen wir ihn vielleicht nicht. Aber es waren trotzdem so Situationen. Ich glaube, zum Schluss hat er Beckham, wo er laut, wo er dann fast in Strebino den Ball vorbeibringt und führst vielleicht 2-1. Ja, es war eine extreme Schnittpartie und im Großen und Ganzen muss man mit dem Punkt zufrieden sein. Aber sicherlich haben wir es immer erhofft. Und wir sind froh, dass wir nicht verloren haben auswärts. Ich wollte gerade sagen, wie ordnen wir das Unentschieden ein? Kann man damit leben aus Sturmsicht? Und ja, ich glaube, dass wir damit leben müssen. Also, ich glaube, Therapie ist auf Augenhöhe mit uns. Und wir wollten kein Fall verlieren. Und ja, das ist uns geglückt. Und jetzt schauen wir, dass wir die letzten drei Partien auch noch gut rumbringen.